In dieser Reise habe ich ein schönes Versteck. Und zwar hier. Open the door. Da kommt ein Bambi heraus. Zum Bugschloss im Spesshahn. Was ist das? Kritikerpreis. Bitte sehr. Ein Münchnerpreis. Der letzte. An. Und ein Azteker. Aus Mexiko. Golden Globe. Wir Wunderkinder. Leer Schachtel. Was ist hier drin? Russischer Preis. Silbermünze. Bitte sehr. Und Bundesverdienstkreuz. Das ist eine Tabatose von meinem Vater. Das ist nichts. Was ist das hier? Aha. Das goldene Filmband. Ja, mit dem Filmband, das hat so seine Bewandtnis. Das erste, was ich bekam, für Karpfengasse war es damals, für die Archie Karpfengasse. Das hat man mir gestohlen aus der Wohnung heraus. Und dann habe ich das der Versicherung gemeldet. Und die Versicherung hat mir wirklich für dieses Band, ich glaube, es ist nur vergoldet oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich 650 Mark dafür bekommen. Und das Band konnte ich nicht wiederhaben, aber dafür habe ich jetzt ein neues. So, das ist alles. Jetzt packen wir es wieder ein. Boah. Alles gut. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbitten. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Hoffmann war damals ziemlich allein. Ja, er war ein Glücksfall. Und er hatte auch nicht anderen Leuten, Regiekollegen, sozusagen die Wiesen abgegrast. Er hat seine Sachen gern gemacht und hatte immer verlässliche Zutaten. Kurt wollte die Leute auf seine Art glücklich machen. Er wollte die Welt, oder er hat die Welt, nein, er wusste natürlich, er ist intelligent, dass die Welt nicht gut und nicht schön ist. Aber er wollte sie freundlich, liebenswert darstellen. Er hat also eine großartige Schauspielführung gehabt. Er hat auch einen Blick für Schauspieler gehabt, wie die Rollen besetzt waren. Und er hat eben gearbeitet mit den Schauspielern, die vom Theater kamen und die im Theater und im Kabarett, eben wie Lilo Pulver hauptsächlich, auch einen Sinn für Timing und für Tempo entwickelt hatten, den unsere Laien-Schauspieler aus Schwabing natürlich nie hatten. Wir haben einfach denselben Humor gehabt. Wir haben über dieselben Dinge gelacht. Und vor allem, ich hatte das Gefühl, ich habe bei ihm Erfolg. Das ist irrsinnig wichtig in einer Zusammenarbeit. Man war gut aufgehoben. Man war, er war kein Diktator. Er war, er ging auf jeden Vorschlag ein, übernahm auch Sachen. Wenn man sagt, ich könnte das so machen oder so, wenn er es gut fand. Wenn nicht etwas, also, nahm er es nicht. Er war sehr souverän, er war ein Herr. Ich erinnere mich, er war mit meinem Mann in Amerika. Da bekam Kurt Hoffmann den Golden Globe für Wir Wunderkinder. Und mein Mann war dabei. Und mein Mann wollte noch ein bisschen länger bleiben. Sie hat in New York an. Sie hat der Kurt gesagt, nein, 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 am Sonntag muss ich zu Hause sein, um mit Angelika, seiner Tochter und seiner Frau Kaffee zu trinken. Also seine Familie war das Wichtigste für ihn. Ich bin immerhin mit meiner Frau jetzt 46 Jahre verheiratet. Ich habe einen Sohn und eine Tochter, die Gott sei Dank mit meinem Beruf nichts zu tun haben. Mein Sohn ist Diplomingenieur. Meine Tochter ist Mutter von zwei Kindern. Warum haben Sie dafür gesorgt, dass die nichts mit Filmen zu tun haben? Ich weiß nicht warum, aber das ist gang und gäbe, dass Väter nicht wollen, dass sie den Beruf ergreifen. Ich weiß es nicht warum. Das war so. Und trotzdem bei mir zu Hause war es anders, mein Vater. Und meine Eltern hatten gar nichts dagegen. Aber ich glaube, das war auch die schlechtere Zeit, in der wir wieder Filme gemacht haben. Die schöne Filmzeit war ja früher, viel früher. Das war wirklich eine schöne Zeit. Diese 30er Jahre noch und so. Das war, da wurde wirklich schön gearbeitet. Gut, danach wollte ich ein bisschen bohren. Welche Erfahrungen waren so schlecht, dass Sie gesagt haben, ich möchte die meinen Kindern eigentlich gerne ersparen? Ich wollte, dass Sie in anständigen Berufen bleiben. Es ist wirklich, es ist doch eine große Schwierigkeit. Sie können nicht sagen, ich will Regisseur werden. Das können Sie nicht. Sie können vielleicht sagen, ich will zur Kamera oder was. Aber Sie wissen doch nicht, ob das jemals klappt. Sie wissen nicht, haben Sie das Fingerspitzengefühl? Haben Sie diese, das Gefühl, Menschen zu führen? Aber das muss man eben ausprobieren, ja? Ja, wie probieren Sie es aus? Das ist schwer. Sie können Assistenz machen. Also bei mir war es Gott sei Dank so, dass ich als Assistent so ernst genommen wurde, dass jeder gesagt hat, der führt einmal Regie. Aber wie viele Assistenten kennen Sie? Die werden 50, 60 Jahre alt, sind immer noch Assistenten. Würden Sie denn die Entscheidung heute nochmal genauso fehlen, zum Film zu gehen und Regie zu machen? Oder hätten Sie eigentlich im Rückblick lieber was anderes noch gemacht? Nein. Nein. Eins hätte ich, wäre ich gerne geworden, ein Dirigent. Ein Orchester führen, das muss was Schönes sein. Kurt Hoffmann hat rund 50 Filme inszeniert. Im Fernsehen finden Sie immer noch ein Millionenpublikum, aber eine ernsthafte Beschäftigung mit seiner Arbeit ist bis heute ausgeblieben. In den 50er und 60er Jahren war er der wichtigste Regisseur in einem Genre, mit dem es die Deutschen schon immer schwer hatten, der Komödie. Bis heute hat er keinen Nachfolger gefunden. Er selbst bezeichnet sich als Lustspielmacher und betont damit die handwerkliche Seite seiner Arbeit, die er noch in den Studios der Vorkriegszeit gelernt hat. Ich wollte eigentlich studieren, habe mir das Gott sei Dank dann, glaube ich, ausgeredet, denn ich wollte Kunst- und Literaturgeschichte studieren nach dem Abi. Aber dann kam durch meinen Vater natürlich das Interesse, der ja als Kameramann einen großen Namen damals hatte, nach dem Film Nibelungen, Faust und wie sie alle hießen. Und er machte dann als Kameramann einen Film unter der Regie von Eric Scharrell. Und da hat er wohl mal ein kurzes Wörtlein mit dem Regisseur gesprochen, ob nicht ein junger Mensch mal bei ihm helfen könnte. Nicht assistieren, so schnell geht das nicht. Ich wurde also als dritter Hilfsregisseur für diesen Film, der Kongress tanzt, mit Harvey und Fritsch eingesetzt. Ich war, nannte es damals, ein Schlattenschammis. Das wird keiner wissen, was, ich habe auch mal nachgeschaut, was eigentlich, ein Schammis ist ein jüdisches Wort und ist ein Gebetsdiener. Aber schlatten bin ich nicht dahinter gekommen, wo das herkommt. Also jedenfalls trotzdem, ich war ein Schlattenschammis. Ich habe die Komparserie aus der Kantine geholt, wenn es Zeit war, der Regisseur sagte, Komparserie, Hoffmann sauste. Dann habe ich Kaffee geholt, Butterbrote geschmiert für den Regisseur und so weiter und so weiter und das Drehbuch gehalten. Das war schon ein kleiner Anfang, denn dann hatte man die Möglichkeit, doch mal den Text mitzulesen und zu schauen, was da eigentlich steht im Drehbuch, was ich natürlich mit Freude tat. Und wenn der Regisseur das Buch baute, war es auch schon in seiner Hand. Ich habe aufgepasst. Kurt Hoffmanns Lehrzeit dauert acht Jahre. Er assistiert bei Siotmak, Utschitski, Liebeneiner und kommt schließlich zu Reinhold Schünzel, dem herausragenden Komödienregisseur der Ufa-Zeit. Nach dem Film Das Land der Liebe muss Schünzel 1937 Deutschland verlassen. Hoffmann hat damit seinen Lehrmeister verloren. Nun wird er Assistent bei Heinz Rühmann, der zum ersten Mal selbst Regie führt. Der Film heißt Lauter Lügen. Rühmanns Partnerin ist Hertha Pfeiler. Lauter Lügen begründet eine Zusammenarbeit, die nach sieben gemeinsamen Filmen erst 1971 zu Ende geht. Ich habe mich mehr mit dem Künstlerischen beschäftigt und so war er mir in technischer Weise doch weit überlegen und half mir aber in so taktvoller und netter Form, dass ich ihm die Chance gab, wann war denn das, ich glaube, 1939, nicht? Bei Paradies der Junggesellen. Da gab ich ihm die Chance, die Regie zu führen und das ging sehr, sehr gut. Wir saßen beide in der Sauna in der Friedrichstraße in Berlin und waren im Dampfbad da nicht. Wir saßen uns also nackt gegenüber und er fragte mich, sagen Sie mal, Herr Hoffmann, wie wäre es eigentlich, wenn Sie Regie in meinem nächsten Film führen würden. Mehr war es nicht. Das habe ich getan, dann habe ich dieses Buch bekommen, Paradies der Junggesellen, gemacht. Mit Spaß und auch mit gewissen Hemmungen natürlich. Das ist nicht so einfach. Ich bin auch stecken geblieben zwischendrin. Aber ich wollte es besonders gut machen. Es ist nicht immer gelungen. War das für Sie ein Problem? Was machten Sie dann, wenn Sie nicht mehr weiter wussten? Sind Sie rausgegangen oder sind Sie auf dem Set geblieben? Nein, ich bin geblieben und die Schauspieler, alle saßen und alle waren so brav. Ich hörte nur mal ganz kurz, wie Rühmann, natürlich nicht im Ernst, aber wie er sagte, es wäre vielleicht doch besser gewesen, wir hätten uns den Karl Böse geholt. Bei der Terra drehen Hoffmann und Rühmann gemeinsam vier Filme. Sie wollen nicht mehr als Unterhaltung sein, aber unverkennbar sind hier die satirischen Spitzen gegen den Sprachgebrauch der Nazis. ... was ganz besonders geeignet ist, revolutionierend auf dem Gebiet des Junggesellentums zu wirken. Und die Spitzenleistung meines Hauses, der mechanische Knopf-Annäher Meknone, nie versagend, immer bereit. Lachen Sie nicht. Wir erleben die Morgenröte eines neuen Zeitalters, das überzeugte Junggesellentum. Los von der Frau. Hin zum Mann. Haben Sie irgendwann Auseinandersetzungen gehabt mit den Leuten vom Propagandaministerium? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe die Leute auch nie kennengelernt und man musste sie auch gar nicht kennenlernen. Der einmal kam wohl der Hitler nach Neubabelsberg und da standen alle, guckten Herrn Hitler an. Das war alles. Es war das im Atelier überhaupt so was von einer, das muss ich schon sagen, einer Anti-Stimmung. Das war absolut nicht drin. Und die, die nun alle so da gleich, nun alle so Parteimitglieder, die sind wirklich selbst schuld daran gewesen. Das hat sie in keiner aufgezwungen. Es wurde mir auch nicht aufgezogen, in eine Kulturkammer oder sowas zu gehen. Das haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. Betty Grimm und Kurt Hoffmann heiraten 1939. Trotz des vielversprechenden Karriereauftaktes wird der junge Regisseur kurz nach der Geburt seines Sohnes 1940 zum ersten Mal an die Front geschickt. Ich kenne sie ja beide. Da war Kurt Hoffmann noch ein ganz junger und sie auch. Und ich habe in Berlin diese erste junge Liebe zwischen den beiden miterlebt und wie zaubernd das war. Und auch das erste Kind, der Michael, wie er ganz klein war, da haben wir in Prien gedreht, in Quacks. Und da lief der kleine Junge dort rum. Wir haben technische Dinge gemacht, die eigentlich damals ziemlich unbekannt waren. Wir haben die Maschine mit ins Flugzeug genommen. Es war ja eine ganz alte Maschine. Es war ein Flamingo, die von UDET gebaut war. Und die war schon 17 Jahre alt und stand nur aus Holz. Man musste also sehr vorsichtig sein beim Befestigen der Kamera. Mal haben wir sie ja auch zwischen das Fahrwerk gebaut, um das Gebirge aufzunehmen. Und ich konnte sie vom Führersitz aus einschalten. Ja, da stand die Kamera vorne im Vordersitz und ich habe diese Angst natürlich markiert, flog aber dabei schon und hatte den Steuerknöpel zwischen den Knien. Und da ist es eben dann passiert, dass der Polizist, den wir bei den Aufnahmen dabei hatten, sagte, der Herr hat doch gar keinen Führerschein. Der ist doch Schüler. Kann ich mal den Flugzeugführerschein sehen? Also es muss ziemlich echt ausgesehen haben. Ich hatte nur für eine Minute Film. Das waren damals 30 Meter. Und dann musste ich wieder runter und nun musste er eingelegt werden. Und ich musste wieder zur nächsten Einstellung starten. Kostoppel Kostoppel Hier, hiermit eröffne ich die Badesaison. Jeder Mensch hat seinen Entdecker. Ich hatte zwei Entdecker und einen Erfinder. Der erste Entdecker war Leonard Steckel, das war für das Theater damals in Zürich. Der zweite Entdecker war F.H. Mainz, der hat mir einen 3,5-Jahres-Vertrag für den Film gegeben. Und der Erfinder ist Kurt Hoffmann. Er hat das Pulver erfunden. Also, wir haben ja auch so fast ein bisschen eine, wie soll ich mal sagen, eine Ehe geführt. Also, wenn man zehn Filme macht, verbringt man sehr viel Zeit miteinander. Und ich finde, Wagen und Skorpion, es sei wirklich sehr gut zusammengegangen. Du bist so erblondet. Ja, Sie haben hier eine falsche Farbe drauf gemacht. Ich wollte 913 statt 9,13, weißt du. Man hat das so die Nase voll, hat den Krieg. Und dass man jetzt sich amüsieren wollte. Und man wollte auch Heimatfilme sehen. Man wollte, deswegen sage ich immer, das war eine andere Zeit, in der ich Filme gemacht habe. Und in der wir alle, alle Regisseure, die da waren, sicher zu Recht ihre Filme gemacht haben. Und nicht nur, um den Geldbeutel zu füllen. Das möchte ich schon sagen. 1955, Dreharbeiten zu, ich denke oft an Piroschka. Nach Kriegsende und Gefangenschaft war es für Hoffmann nicht leicht, wieder zur Regie zu kommen. Zunächst musste er sich mit Synchronarbeiten begnügen. Dann kommen Filme, die sein Talent als Komödienregisseur nicht fordern. Aber spätestens mit Piroschka wird er zum erfolgreichsten und gesuchtesten Spezialisten für die leichte Unterhaltung. Für Liselotte Pulver ist dies der Durchbruch zum Starroom. Ich wollte immer ernste Rollen spielen. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt einmal meine ernste Karriere anfangen. Und ich kann diese Rolle nicht spielen. Das ist also wirklich zu komödienhaft. Und außerdem glaubt mir kein Mensch einen ganzen Film durch einen ungarischen Akzent. Und habe die Rolle zurückgegeben. Aber ich glaube, während drei Monaten habe ich die Rolle zurückgegeben. Plötzlich stand in unserer Wohnung, stand der Produzent Georg Witt und meine Agentin Ilse Alexander und haben den Vertrag auf den Tisch gelegt. Und ich war so müde und ich war so müde und habe mir einen angetrunken mit zwei Gläsern Kognak. Und habe gehofft, dass sie dann irgendwann mal verschwinden und sie verschwanden nicht. Und am Schluss habe ich unterschrieben, wirklich nur, dass ich ins Bett kann. Du hast schon sehr viel gelernt durch mir. Durch mich? Schön. Du hast schon sehr viel gelernt von mich. Nein, also bei von heißt es immer mir. Ach, werde ich lernen nie. Ist auch nicht so wichtig. Jetzt wieder du. Ich liebe dir. Dich? Dich. Los, sag. Enceretlec, tisaretz, ösaretz, ö... 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 Was ist? Hast du nicht gelernt? Doch. Wirst ein bisschen nachsitzen. Es war gar nicht so ein großer Erfolg am Anfang. Das war gar, das war, das hat sich ganz schwer angelassen. Das ist mir öfter passiert, dass meine Filme erst durch die Mundreklame dann das geworden sind. Nicht wahr? Zum Beispiel Wunderkinder, wir Wunderkinder auch. Der lief hier in der Schweiz zum Beispiel, der lief ganz schwer an. Die wollten ihn nach der zweiten Woche sowas absetzen. Und dann ist er 27 Wochen gelaufen. Nicht? Und genau war es mit Piroschka, der Produzent Witt hat mir damals gesagt, lass uns doch den Schluss umschneiden, dass da ein Happy End kommt. Dass die nicht auseinander gehen am Schluss, die beiden. Habe ich umgeschnitten. Ach, den Schluss gibt es tatsächlich? Den hat es gegeben. Der ist Gott sei Dank wieder zurückgenommen worden. Wie sah der denn aus? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Kommt der Student zurück zu Piroschka? Keiner, ich war so sauer und so böse. Ich wollte das nicht haben. Aber was machen Sie? In der Zeit, nicht wahr, das war ja noch ziemlich der Anfang im Jahr 55, nicht wahr? Da musste ich dann schon einmal gehorchen. Frau Trafmann erzählte mir, er sagt, du, ich habe da eine gute Idee. Du sitzt doch im Zug am Anfang und zum Schluss lasse ich den Zug am Bahnhof einrollen und du steigst aus und dann sehe ich eine Frau dastehen mit zwei kleinen Kindern oder mittleren Kindern und die sehe ich nur von hinten. Und du gehst auf die Frau zu und begrüßt sie und du umarmt dich und die Kamera fährt rum und es ist eine ganz andere. Ganz völlig höllig, eine Frau. Dann gesagt, ja, wenn du den Film schaden willst, dann musst du das machen. Ich liebe dich, Piri. Sehr glücklich. Aber das darf man doch nicht sagen. Warum denn nicht? Tun, Andi, tun muss man da. Als ich am Morgen nach Hause fuhr, war ich fest entschlossen, Piroschka im nächsten Jahr wiederzusehen. Aber wie so oft im Leben kam es anders. Wir sind uns nie mehr begegnet. Vielleicht sollte es so sein. Denn wenn ich heute an Piroschka denke, ist sie immer jung und süß und 17 Jahre. Wann, glauben Sie denn nun selbst, haben Sie zu Ihrem Stil gefunden? Mit welchem Film? Ja, habe ich dazu gefunden, das weiß ich nicht. Das war, das ist doch, ein Stil ist das nicht. Das ist ein, das ist ganz intuitiv, das ist ein Fingerspitzengefühl für eine Sache. Ein Herz für eine Sache. Unverstand. Aber man spricht so oft von dem spezifischen Hoffmann-Stil, ohne den zurecht definieren zu können. Ich habe das auch, wissen Sie, ich habe da nicht meinen Stil eingebracht. Ich fand das immer falsch, wenn ich ein, zum Beispiel ein Kostümer hat, ein Kameramann, ein Architekten. Die mussten doch ihren, ihr Können durchsetzen können. Da habe ich mich nicht so eingemischt. Ich habe wohl Vorschläge gemacht. Aber entschieden hat das der jeder, der seinen Job ausübt. Die Qualität seiner Filme ist nicht zuletzt die Summe der Talente seiner Mitarbeiter, schreibt Joe Hembus 1961. Tatsächlich tauchen in den Stablisten immer wieder dieselben Namen auf. Die Kameraleute Richard Angst, Günther Anders und Sven Nyquist oder die Kostümbildnerin Elisabeth Urbancic. Auch die kleinen Rollen sind bei Hoffmann immer wieder erfolgreich mit denselben Schauspielern besetzt. Würden Sie dem zustimmen, dass Sie ein Schauspielerregisseur gewesen sind? Ein Regisseur, der die Wirkung seiner Filme vor allen Dingen dadurch erreicht hat, wie er mit seinen Schauspielern umgegangen ist? Nein. 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 Ganz, ganz, ganz vorne steht das Buch. Der Stoff. Und dann muss man die Schauspieler besetzen, dass sie stimmen. Sie müssen stimmen, sie müssen mit der Rolle übereinstimmen. Deswegen hat nicht in jedem Film Rühmann oder Pulver die Art Rolle gespielt. Ich finde, ein Regisseur muss doch einem Schauspieler so viel lassen, dass er sein Können zeigen kann. Das ist doch ganz falsch, wenn ich aus einem Schauspieler, zum Beispiel wie es bei Herrn Kortner war, immer den Kortner höre. Ich will den. Wenn ich Rühmann habe, Rühmann hören. Oder die Pulver oder die Kotscher. Aber geführt werden müssen sie. Waren Sie ein Regisseur, vor dem die Schauspieler Angst hatten? Man hat es gesagt, ja. Ja, teilweise wurde es gesagt, was ich ganz ehrlich nie verstanden habe. Ich war nicht böse. Ich konnte auch mal laut werden, das stimmt. Aber das ist nur natürlich. Aber das, was eben sehr, sehr wichtig für mich war, das war Präzision, Sauberkeit, Ordnung, Ablauf auch in der Produktion. Nicht unsinnig hier eine Kamera aufstellen, da eine Kamera aufstellen und so, verstehen Sie, sondern ganz genau wissen, das muss von hier und das muss von dort fotografiert werden. Ich habe auch einmal so gemacht, dass ich eine ganze Woche vorher, bevor Drehbeginn, in den fertigen Dekorationen den ganzen Film durchgestellt habe. Also beinahe wie auf der Bühne durchgestellt habe und dann die Einstellungen notiert habe mit dem Kameramann zusammen. Aber dann kamen doch wieder neue Ideen und dann kam das wieder, dann kam der nicht von da, dann war das schlecht. Und also dann haben wir alles wieder umgeschmissen und es muss aus dem Moment herauskommen. Was da alles im Moment entstanden ist, das war eben das, warum es mit uns so gut geklappt hat. Weil da wurde auf einmal etwas vollkommen umgestellt, einfach weil es ihm gefallen hat, einfach auch aus einer Laune heraus. Er hat gesagt, oh das ist wirklich komisch, das lassen wir jetzt. Er hat zum Beispiel immer verboten, wenn einem in der Szene was passiert ist, also angenommen man kommt zur Tür rein, der Kleiderständer fällt um und alles auf den Boden, ich muss alles unter dem Text einsammeln, nie abbrechen. Er hat immer gesagt, nie abbrechen, ich breche ab. Und das ist eben, doch, doch, da war schon sehr viel Improvisation drin. Er hat manchmal sogar, wenn er mal einen Schauspieler einen Vorschlag gemacht hatte, der ihm vielleicht nicht so ganz gepasst hatte, wo er aber aus Klugheit und Taktik dem Schauspieler diese Idee nicht weggenommen hat, hat er dann leise zu mir gesagt, achte bitte darauf, dass wir das so drehen, dass du das hinterher eventuell auch rausschneiden kannst. Er hat meistens nur einmal gedreht, weil er genau wusste, die erste ist die beste, nie wird der Schauspieler wieder so natürlich und so spontan sein. Er hat gesagt, also gut, wenn in der Kompianstalt etwas kaputt geht, haben wir Pech gehabt, wir drehen nur einmal. Dann hast du auch die Lichthupe erfunden. Äh, nicht Lichthupe, wie heißt das Licht? Ja, Lichthupe. Nein, Lichtklappe. Also Kurt, du musst es erklären. Um Material zu sparen, ist völlig richtig. Sie recht, habe ich gemacht. Wurde auch eingeführt. Habe kein Geld dafür bekommen. Das war 1958, da habe ich das hier gekauft. Wirtshaus im Spessart, da habe ich damals gedreht. Und ich sagte dann, jetzt vom Wirtshaus im Spessart zum Landhaus im Tessin. Sie wissen ja, wie lange ich bin. Das hat ein Vierteljahr, vier Monate, war ich dann nicht zu Hause. Und dazu noch zwei Jahre in der Gefangenschaft und beim Militär. Also, ich glaube, meiner Frau hat es langsam gereicht. In den späten 50er, in den frühen 60er Jahren hat man Ihnen oft den Vorwurf gemacht, dass Sie apolitische Filme drehen. Ja, nun machen Sie mal Politik und lustig zusammen. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Wir haben es ja doch mit, gerade dazu hatte ich ja den Autor überhaupt in Deutschland, den Günther Neumann, von den Insulanern in Berlin bekannt. Und dass wir so viel wie möglich Politisches hineingebracht haben. Wir wollten nicht einen politischen Film machen. Also, wenn man mir das zum Vorwurf gemacht hat, dann muss ich das einfach ablehnen. Das ist Quatsch. Ich mache ein Lustspiel nicht der Politik wegen. Wenn es der Stoff gibt, wie im Spukschloss zum Beispiel, dann natürlich, warum nicht, immer feste drauf. Aber ich hoffe, dass Wunderkinder nun ein Beispiel war, wie man wirklich ein ganz, ganz, ein teuflisch ernstes eine teuflisch ernste Geschichte heiter machen kann. Stimmung, es lebe die Nachkriegszeit, die ist fast so schön wie die Vorkriegszeit. Es ist doch wahrscheinlich fast anhand die Demokratie. Wollen Sie nicht eine kleine Prise Kokain? Endlich wird wieder die Zeit normal. Jetzt gehen wir ins nächste beste Tanzlokal. Die Tänzerin zeigt uns da alles schön rosig und rund. Ihr Kostüm ist ein Bonbon im Mund. Der Krieg ist aus, man ist zu Haus und Kornet-Beef schickt Onkel-Sem. Wer freist sich schiebt, der ist beliebt und wer nicht schiebt, der ist plimm-plimm. Leute, genießt bloß die Nachkriegszeit, denn bald wird sie wieder zur Vorkriegszeit. Und weil wir dem Frieden bei uns hier nicht trauen, wird auf die Fauke gehauen. Mir hat das sehr gefallen, dass wir uns dazu verbünden könnten. Es war nicht ganz auf der Straße gesungen, dass das ein Erfolg werden würde. Und es war ein riskanter Stoff, muss man auch sagen. Es ist Mitte, Ende der 50er Jahre. Man redet nicht sehr gerne über die jüngste Vergangenheit. Wir sind mitten in der Restauration. Also es war doch ein Stück Mut dabei, diesen Film zu machen. Das glaube ich wohl auch, kann man jedenfalls von damals her sagen. Die Kabaretts waren, wenn man es vergleichen will, schärfer. Aber was auf diesem Gebiet ein Film da war, das war, was sich eigentlich an dieses Thema der Selbstdarstellung dessen, was mal im Dritten Reich sich abgespielt hat, vor allem in diesen seltsamen Übergängen der Entwicklung, das war, glaube ich, so noch nicht da gewesen. Nun waren da ja zwei besondere personifizierte Vehikel in dem Stoff. Das eine waren diese Neuss und Müller, der Rahmen, von dem dann auch immer gemeint wurde, ein Rahmen distanziert immer. Und es war ja doch eine, wie ich finde es, schön geratene Liebesgeschichte drin. Und Felmy Koscian, das war damals auch, ich will nicht sagen, dass das ein Filmpaar war, aber die hatten die Potenz eines Filmpaars. Ja? Bitte um halb acht steht mir das Paar zur Verfügung. Ich muss pünktlich in der Redaktion sein. Sie? Ja, ich. Wie kommen Sie denn hierher? Ich wohne jetzt hier. Ist Ihnen dieses nicht recht? Natürlich ist mir das nicht recht. Ich habe es nämlich nicht gern, wenn wir Mädchen nachlaufen. Ich bin Sie nicht nachgelaufen. Ich habe dieses Zimmer von Frau und Siss übergenommen. Und machen Sie sich keine Sorgen, ich werde Sie schon nicht belässigen. Von Morgen ab, Bart, ich schiede Sie! Die Filme verraten doch sehr viel von Hoffmanns eigener Lebenserfassung. Das ist kein Bilderstürmer. Das ist ein Mann, der eigentlich es gerne hübsch um sich herum hat, der aber gewisse Schärfe dadurch entwickelt, dass er die Dinge gerne wahrnimmt. Also, er mogelt nicht. Er ist auch fähig gewesen, Änderungen in der Mentalität der Zeit deutlich zu machen. Aber er ist nicht einer, der übertreibt oder sich übernimmt oder ungeheure Forderungen ans Publikum stellt oder der der Kritik einen kleinen Teppich hinrollt. Das alles ist bei ihm nicht. Er hat aber ein großes Zutrauen, ich habe ihn deswegen immer besonders geschätzt, zu seiner handwerklichen Unbestechlichkeit, zu seiner Leistung. Und im Ganzen hat er sich dazu bekannt, wenn wir etwas zum Guten ändern wollen, dann tut er das auf der heiteren Schiene. Also, er hat die überernsten und bombastischen Dinge nicht gemocht. Dass ich einen Kästner bekam, dass ich einen Thomas Mann bekam, dass ich Tucholsky hatte, dass ich Kurt Götz hatte, das waren alles eben wunderbare Autoren. Und gerade in der Richtung, die ich machen wollte in der Komödie, ein bisschen ernst, ein bisschen heiter, bis zur Klamotte hin, ohne Rücksicht auf Verluste. Sie haben mal darüber gesprochen, dass Sie zwar sehr viele Filme gemacht haben, dass Ihnen aber ein paar Filme doch entgangen sind, die Sie gerne gemacht hätten. Ja, 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 ja. Naja, das hat jeder, glaube ich, mal so einen Wunsch noch gehabt. Aber da kam mir dann so ein bisschen Oberhausen dazwischen, glaube ich. Papas Kino war halt doch tot ein bisschen. Und dann wollte ich auch nicht mehr. Ich wollte nicht mehr. Sicher ist diese Legende, Deutschstuhlslegende falsch, in der der alte deutsche Film oder Opas Kino, Papas Kino, wie wir es nannten, lebte, dass wir nun gekommen seien, nur um Ihnen den Garaus zu machen. Wir wollten einfach Film weitermachen. Und ebenso falsch war es aber auch von unserer Seite, wahrscheinlich alles zu verwerfen, was da vorher war. Denn wir sind dadurch in so eine polemische Ecke gedrückt worden. Dadurch, dass wir also gegen diesen seichten Unterhaltungsfilm Schnulzenkartell und so, das waren die Schlagworte, immer, würde ich noch sagen, zu Recht, ja, polemisiert haben, waren wir in eine Ecke verwiesen, in der wir eigentlich nur ernsthaft sein konnten, in der Unterhaltung gleich war mit Volksverdummung und Volksverdummung, gleich war mit Ufer-Tradition und mit Göppel und Hugenberg. Und das war eben immer alles, was Unterhaltung war, war gleichzeitig politisch reaktionär. Das ist natürlich Quatsch, ja. Ein Witz kann im Gegenteil da ganz anders wirken. Ich wollte noch gern eine schöne Liebesgeschichte machen, Postkarte. Ich wollte einen Film machen, Offenbach ganz durchkomponiert, Offenbach mit Kostümen von Rechnitschek und Töni, den Namen Töni, wird man heute noch kennen. All diese, diese Jahrhundertwende Zeit, diese Dralle, dicke, feste, unverschämte, die hätte mir schon gefallen für einen Film. Vor allen Dingen musikalisch, das Musikalische in meinen Filmen, glaube ich, war immer etwas Musikalisches wichtig. Vielleicht hat auch Kurt Hoffmann, der doch seine Erfolge gewöhnt war und auch geliebt hat, an dem weiteren Down der Branche des Films im Lande nicht mehr so persönlich teilnehmen wollen, wobei ich dann wieder traurig bin, dass ihn das Fernsehen nicht so gewonnen hat. Dem hat er sich auch schwer sozusagen gemacht, obgleich ich noch weiß, dass, da habe ich seinerzeit die Entstehung vermittelt, das Haus in der Karpfengasse, eine wichtige erste Sache eigentlich zwischen Film und Fernsehen wurde. Zum ersten Mal ist das Fernsehen an der Produktion eines Kinofilms beteiligt. Die Geschichte aus dem besetzten Prag, alles andere als eine Komödie, zeigt Hoffmann auf dem Höhepunkt seines Könnens. Eine Widerstandskämpferin läuft in eine Falle, die ihr die Gestapo gestellt hat. Mein Geldtaschel, mein Geldtaschel ist weg. Diebe! 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 Keiner steigt aus. Den Diebe werden wir gleich haben. Sie suchen Flugblätter. 1971 kommt Hoffmanns bisher letzter Film ins Kino, Der Kapitän, in der Hauptrolle wie schon im ersten Film, Heinz Rühmann. Fünf Jahre später lässt er sich noch einmal zu einer Regie fürs Fernsehen überreden. Sonntagsgeschichten ist ein Programm aus drei kurzen Filmen. In der Vorrede stellt er sich seinen Kritikern. Warum der Begriff Unterhaltung bei uns einen schlechten Beigeschmack hat, ist mir bis heute nicht klar geworden. Der Unterschied zwischen Ernsten und Unterhaltungsfilmen ist eine deutsche Erfindung. Was feierlich, vieldeutig und unverständlich daherkommt, was Erklärung und Übersetzung braucht, um verstanden zu werden, ist in Deutschland Kunst. Was spritzig, heiter, lustig und kurzweilig ist, ist keine Kunst. Das ist Unterhaltung. Die Amerikaner, Franzosen, Engländer, Russen und Italiener und die Zuschauer denken anders darüber. Erich Kästner sagt über die Heiterkeit, der dem Heiteren entgegengebrachte Standesdünkel ist uns angeboren und er wird gepflegt, als sei er eine Tugend. Ich wünsche gute Unterhaltung. Ich vermute, dass er kapiert hat, dass wenn ihm keine Stoffe mehr geliefert werden, die er umsetzen kann, wenn er diese Stoffe nicht mehr findet, dass er mit dieser Art von Kino, wie sie damals eben vor allem dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wo er aufgehört hat, Filme zu machen, die in Deutschland gefragt waren und wo auch ein neuer Trend kam, dass er gemerkt hat, dass da für ihn kein Platz mehr ist. Und dass er vielleicht für sich klug genug war zu sagen, dann mache ich es lieber nicht, ehe ich Kompromisse machen muss. Ich glaube, es liegt dann an Kurt Hoffmann selber, ob er noch einmal drehen will. Ich glaube, die Zeit ist mehr denn je, würde man solche leichten und zauberhaften Geschichten, die ein bisschen, na nicht unwirklich ist nicht der richtige Ausdruck, aber liebenswürdig und verzaubernd sind sie. Ich suchte mir vier schöne Bäume und ich glaube, es ist nicht der richtige Ausdruck. Ich glaube, es ist nicht der richtige Ausdruck. Ich bin sicher, es wären ein halbes Dutzend Produzenten, die sofort ankellen sind. Ja, ja, Prinzipien sind dafür, dass sie nicht eingehalten werden. Darin bin ich Weltmeister. Ich habe es dir gestern gesagt, ich würde auch eine Klamotte machen. Ja, eine echte Klamotte, aber nicht mehr. Warum? Ich bin zu alt dazu, ich halte es nicht durch. Doch, du hältst es durch. Und habe ganz ehrlich, hätte ich Angst. Ja, Angst hat man sowieso. Was glaubst du, bin ich, Bippe? Auch vor dem Publikum, nicht immer nur die Presse. Dann muss man eben das überwinden und dann ist man doppelt so gut. Ja, aber Linochen, schau mal, warum soll ich das überwinden? Warum soll ich noch einmal einem, was man doch haben will, einem Erfolg nachrennen? Nein, das ist wahnsinnig schwer in der heutigen Zeit. Und dann kriege ich eins aufs Dach, weißt du, dann machen sie mich fertig. Doch, alle. Die, 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 die Presse. Das ist egal, wenn es, wenn, und ich bin sicher, es wird ein Publikumserfolg, ich bin ganz sicher, und das ist die Hauptsache. Mir ist, ich habe mich auch immer über die Presse aufgeregt, das ist mir heute egal. Das, muss ich sagen, das ist nicht richtig, denn einen gewissen Erfolg möchte ich schon haben. Ich möchte mich nicht auf den absteigenden Ast, auf dem ich ja physisch bin, aber auch noch mit einem Misserfolg. Da bist du eben die Garantie, dass das nicht ins Konventionelle abrutscht. Mit einem Film und dabei, oder Film, Filme machen, wäre garantiert. Es gibt keine Garantie. Sie wollen also nichts. Nein! Unglaublich! Wird schon mal geschossen, weiß keiner woher. Will präzise wissen, ob von da, oder von da, oder von da, oder von... Da kommt doch was! Was ist denn nun los? Der Film ist gerissen. Ich insinniere ja heute Nacht, heute noch, beinahe nächtlich. Aber es ist merkwürdiger, in meinen Träumen bin ich nie Regisseur. Ich bin immer eher ein Schlattencharmist, als ein Regisseur. Ich bin unter einem, mache ich was, hole was, oder sage was. Es ist verrückt, ich weiß nicht warum. Aber Regie habe ich also auch im Traum aufgegeben. Und was sind das für Szenen, die da inszeniert werden? Wo inszeniert? Im Traum. Traum, ja. Verrückt. Komplett blödsinnig. Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen nichts erzählen, weil ich es alles wieder vergesse am nächsten Morgen. Aber es gibt es und das, also jetzt sind Sie bis in meine Träume vorgedrungen. Ich meine, jetzt ist genug.